Heute ist ein wunderschöner Tag mit dem guten BuzzBox und Crazy Schmied. Tja, wir spielen heute Mario Kart Wii 10 Rennen. Wir werden... Gegeneinander fahren. Tja, richtig gegeneinander und tja. Immerhin der bessere ist bei Mario Kart Wii. So. Ich musste kurz da gucken und tja. Ich liebe Mario Kart. Tja, wir haben auch gerade ein Thema. Ich fahr gerade mit dem Wii Wii, weil mein... Nicht so groß ist es richtig. Tja, keine Ahnung was da los ist, aber... Tja. Ach. Ja, one on one. Die Scheiße. Haha. Tja, wir haben gerade den... Und hier werden wir da hinten. Tja. Wir werden natürlich auch über Themen reden. Und da freuen wir uns während des Rennen ein paar Themen ein. Ein letzter, dann haben wir selber reden. Oh, so eine schöne Farbe. Es scheint sogar die Samme. Äh, das ist jetzt noch alles gut. Tja. Tja, hat er auch ein Thema. Ja, es ist echt gut. Flöffel! Nia und den Weiboff-Kreibern müssen ein Thema ein. Und er gewinnt auch die erste Runde. So, 15 zu 7. Ja, weil er auch irgendwie schrumpft ist. Tja. Und... Und tja. Wir haben noch 7... Minuten hier auf der Uhr. Eine Stunde. Und... Tja. Ich verstehe. Und ja. Gucken wir mal, wer der Bessere ist. Kopf an Kopf rennen. Oh Mann, ich muss... Ich muss mal jetzt wieder umstellen. Krass. Begriffen ist für mich viel leichter. Aber wenn die Nansack nicht gehen... Oh Jesus Maria. Tschüss. Ich kann aber noch nicht zustimmen, ich noch einspäden. Tja. Mal gucken, wie es da wird. Tja und... Und deswegen, tja. Es wird hier wunderschön gefahren. Aber... Weißt du, brichst du ja. Warte. 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 Das ist abgeschritten. Von ich selbst. Sieht ihm halt, was er nicht aufpassen kann. Aber ich hab auch Koffe nicht. Mann, ich hab dir einen Koffe nicht. Reine. Das geht, wie es geht. So war das gewissen. Also bitte nur auf dein Zeug. Schon wieder für mich eine Runde gut. Ich dachte, ich bin gar nicht. Also ich merke, ich fahre. Aber ansonsten nicht, weil ich noch nicht Mario Kart, wie ich so lange gefahren bin. Ich bin auch nicht so oft geflagt. Ich bin auch nicht so oft geflagt. Was nicht? Ich will ja nicht. Ich will ja nicht. Aber die Ripping kommt irgendwie gar nicht an. Das ist doch gut so. Der hilft dir nichts mehr. Apropos, es kommt noch ein Let's Play. Ja, es ist heute willkommen. Es kommen zwei Let's Plays hier auf dem Kanal. Es ist zum einen der Mario Party 8 und zum weiteren ist es dann Miki Epic. Tja, wird Ding nicht starten. Vielleicht morgen, wir werden dann gucken. Und wir fahren Donggang Shikane. Oh, meine Lieblingsbahn. Meine Lieblingsbahn? Die habe ich schon lange nicht wegfahren. Keiner hat den perfekten Start geschafft. Ja, die Lieblingsbahn laufen. Ui, ja, bitte. Ich nehme mir immer eine Banane. Was sie nicht sind. Eine Idee hat. Und... 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 Ja. Also mal gucken, wie es dann wird. Boah. Hoffentlich, jetzt seht ihr noch was. Ja. So. Also... Der bei uns wäre dann... Wir sind einfach ziemlich ein. Und wir beide fahren mit... Schiff. Und man fliegt. Also wir beide fahren mit... Und schießen muss man können. Ah, scheiße. Und greifen auch noch. Ich habe auch ein mutteres Spiel noch. Und andere schießen. Tradition. Und... Uua. Und... Ich habe auch ein Schießspiel bekommen. Also... Ihr könnt euch auf meinen Freikanal gucken. Da habe ich Halo. Das ist auch ein Ego-Shooter. Ab wann ist das? Ab 16. Oh, Mann. Ich habe Angst, ne? Sieht ihr mal. Da werden wir auch... spielen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin so super, Niki. Putsch! Super Bananas! Ich habe meine Kuhluge-Sambats! Ich habe eine Weibung. Ich habe eine Kuss, die ich so gut. Ich habe nichts bekommen. Ja, also wir fahren eine kleine Ballade rein, also wir sind ohne eine Banane, also ich bin da, ja, wie so, kann man jetzt sagen, der spielt gegen ein Profi, also, also tschüss, gleich an der Schanze hängen. Das war bei sich nur 21, hoffentlich wird noch was für ihn, hoffentlich wird noch was für ihn, oh nee, so viele Kurven für mich, aber ist egal, ich kann die auch gut, du kannst die auch gut, obwohl du sagst, der sind so viele Kurven, bist du, ich kenne die Abnetzungen hier. Ist mir egal, lach nicht so schön, meine Herzen, meine Herzen, siehst du, lach ist ungesund. So, oh. Hey, das sind die Tippinzeichen, wenn ihr wissen wollt. Martin, Martin. Ja, Martin. Ja, Blitz kannst du behalten. Ich kann es behalten. Ja, ich hätte lieber einen Anzug nehmen sollen, aber was soll's. Der will ein bisschen verlieren. Nur gegen mich. Aber ich komme immer näher. Ganz da, ich komme ein bisschen näher. Auge und Beißen. Und die Beißen. So, Mina! Ich bin ganz ganz in die Funktionen an. Hey, Engelbliezen, mein Freund. Was soll jetzt los? Ja, Engelbliezen. Ach, es ist ganz in die Funktionen. Mein Freund bleibt Engel. Ich bin über einen anderen Wagen und einen anderen Controller, aber was soll's. Und hier für dich. Der hilft dir jetzt. Danke für die Hilfe noch. Danke für die Hilfe noch. So bist du gerade so gut. Scheiße. Weil du mein Heck eng bleibst. Wie immer. now. Keeptes! Auch Fragen aufn danse ... Bun dein Mittelgedrück. Boah, dum benim diuincisch. Oder? Aufschruss ich bin dann halt. Also, ich sag mal hier schon Tschüs. Okay. Nein, bleibt wohl. Ja, keine Ahnung, was da gerade los ist, aber ich hab keinen Skill mehr. Ganz klar. Ja, wenn ich ja da bin, hast du keins mehr. Ich hab lange nicht mehr Markat-Wee gespielt, ganz klar. Ich auch nicht. Oh, und? Ähm, reicht nicht für die 58 Minuten diese 10 Rennen. 10x13, ähm... Wie Koffe mag ich? Oh, Bananen. Ich hatte Bananen. Ja, also, ihr wisst ja, ich bin ja in der Zeit Super Mario Maker. Alter. Ich hab hier vor kurzem ja weiter gemacht. Aber was soll's? Ich bin schon weg. Du bist schon weg? Ich bin schon nach unten. Nein, ich bin nicht so weg. Du bist jetzt wunderbar. Ich krieg immer nur Bananen, nichts anderes. Nur Bananen. Da hast du Schutz gehabt. Mit einer Banane. Und Schutz. Und ich bekomm immer bloß Queens. Wieso halte ich immer mal mein Handy aus? Ich glaub nicht, jetzt ist bloß die Schau. Ja. Ich bekomm immer nur das Ende und Schau. Wir kommen eben... Leute, es kommen schwieriger als Dreck. Und ich hab von hier für dich. Und wir kommen... Ach so. Ach so. Hast du ein Stein für mich zerstört? Danke. Danke, du hast mich so gar nicht geholfen. Sieht immer wie nett jetzt zu mir ich. Mach mal ein Schiff ins Spiel rein. Ach so. Ja, der große Oktober. Ich hoffe, die Finger da. Hat sie das Skipp Rat? Nein. Meinst du, die Kimmins? Immer eine triggers. Und Riga mal in uns für den Seildang. Ich sage, Adios, Amika! Adios! Adios! Ja, die Zeitbahn macht wirklich Spaß! Angsthase mit der gewohnten Panzerschießdorf! Neeee! Der stirbt! Stirbt! Stirbt doch! Das muss ich ja machen! Wenn du kein Item hast! Oh, Adi Queen! Ha Ha! Einrennen! Das hat immer noch nicht gewonnen! Ha! Das hat dir aber nichts gebracht! Ja! Aber was soll's! Es ist bloß ein Spiel! Ja! Aber ey, ich glaube, ihr verliert trotzdem, weil es nicht mehr viele Wahnsin sind! Die Lühheiße Wüste von DS! Hast du schon mal Marca DS gespielt? Ja! Hat durchgespielt! Ja, wirklich? Mach! Ja! 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 Nichts nicht malSS wir sehen! Bitter down! Ja! Auch wenn du auch ein Zeug gegen Hasina falten, was denkst... Ich habe auch, dass sie noch wirklich viel ist. Nein, ich spiele es mit einer Hand. Hier ist ein Weg. Aber da vorgehe ich, du kannst sie jetzt. Aber jetzt ist noch eine Runde. Guck mal, dich. Der ist wirklich selten. Die Banane hat es mir geholfen. Die Banane hat es mir geholfen. Ist ja noch eine Runde jetzt. Okay, nein, der hilft nicht. Ich weiß gar nicht. Vielleicht mich da auch so gut. Tja, hoffst du wirklich? Ich hoffe, ich schiefe zu viel. Ich schiezen kann ich besser jetzt. Ja, Mann, jetzt muss ich nicht so ausbrechen. Banane. Ende hat sich nicht verdient. Die Abkünzung. Sag du mal dazu. Abkünzung ist doch nicht das Beste. Was soll's? Ist das nur ein Spiel? Ja, ist bloß nur ein Spiel. Hey, wenn ich nicht links bin. Also 10 Seconds bereich nicht für diese Zeit. Ja, dann machen wir doch mal kurze Schritte. Tschüss. Aber die Punkte werden zusammengezählt, ganz klar. Sind ich da. Wir hätten Clayton-Kreise machen können. Nein. Nein, nein. Nein. Okay, wenn du Nein sagst, dann sag ich auch Nein. Jetzt machen wir erst mal Baden. Jetzt machen wir erst mal Baden. Jetzt machen wir erst mal Baden. Haben die mal die Muamo freigesandet? Ganz klar. Und dieser Blitzfolge ist dann mal weg. Wird der halt so fällig. Schade, fällig der Blitz. Du gehst immer nur den Blitz. Ich kenn den nicht. Tja. Klein heißt aber nicht. Also ich glaube... Sag mal nicht. Ich kann, glaube ich, so... Ich glaube, so verstehen, was ich noch ein paar nehmen. Ich habe vorhin nicht nur... Aber... Ich... Ich kenne dich bei Halo aus. Achso, kenne dich bei Halo aus. Oh, naja. Halo habe ich. Na. Klein. Bisschen. Hat sich nicht gebraten, weil ich auf der anderen Seite bin. Hab dich verdreckt. Seht ihr mal, wie böse ich bin. Autsch. Autsch. Ich muss mich aus den Bühnen. Ich muss die Hälfte abholen. Ich kann es nicht. Ich fliege auch nicht. Nein, 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 nein! Wasser, heiß! Verschossen. Und noch alles auf. Oh, man. Das ist schon die Werftes vorgehen. Also... Also, quälte ich mich mit dem Peck. Was soll das? Ich habe wirklich Peck. Ist doch gut für mich. Du weißt du, ich habe Peck. Ist das Strain, ja? Ach, stimmt, ja. Die habe ich jetzt heute. A propos, Knück. Was mir auch keine sagt. Ja. So. Der Pils ist hier. Semini. Ja, weil ich jetzt zum Beispiel bin. Und die Strecke gefällt mir irgendwie nicht. Doch, die gefällt mir. Hier. Ich will dich warnen. Warnen vor was? Das du verlierst. Aua. Aua. Das hat sich nicht gebrocht. Und so viel Abstand schmeckt. Meine Banane hat sich demonstriert. Au. Jetzt kannst du doch Glück haben. Kaputt. Ungewonnenhaftig. Bleib in der Höhle. Nein, ich will meine 100 noch haben. Bekommst du auch. Krieg ich auch. Weil es ist... Oh, ja. Pilzlucht. Meine Lieblingsbahn. Meine Lieblingsbahn. Weißt du warum? Ich kann am besten helfen als du. Die gibt es auch im Marker 7. Aber ich kann die perfekten Stadt und du das kannst. Ich hasse perfekte Stadt. Jetzt muss ich mal arbeiten. Also wird eine sehr lange Aufnahme werden. Mir ist nun mal gelungen, dass ich nun mal einschmeiß, was würdest. Und erst mal, ich glaube, so über eine Stunde gemacht habe. Schmeiß jetzt kommen wir auf mich selbst. Auf mich selber. Schauen wir mal. Man weiß, es ist raus. Liesst den Stern fallen. Mal. Auf mich. Ahahaha. Du wütig. Was wäre jetzt immer? Die Stern. Und daneben ist das 1.80, dass ich mir extra lang den Kopf verlieren muss, dass ich das schnell vorarbeiten kann. Oh mein Gott! Warte mal, wer in mir geht es nicht? Warte mal, warte mal. Aber es heißt noch nicht. Sieht ihr mal wie der gute Chef ist? Und hier kommt ein Queen. Los, schi, 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 schi. Schlecht? Nein! Nein! Ganz klar! Er hat gewonnen! Black of Bills! 100 Punkte! Was soll's? Es ist einfach bloß ein Spiel. Ja, aber 100 Punkte ist mein Sinn. 100 Punkte! Oh, ja! Denk ich nicht wüsste! Da knallt ich dich gleich aus! Hier ist Potter Talk! Das hast du schon vorhin gesagt, aber ich weiß nicht. Wer kann den perfekten Start, ne? Aber bitte gibt's Queen cells! Bibi! Mann! Zieh du mal wie Bibi der ist! Freundlich mit Bibi cells! Sie ist heiß! Sie ist heiß! Ich bin heiß mit Absicht gemacht! Jetzt hast du ganz ohne Panzer! Aber viele Bananes! Woh- Nach vier zu helfen! Das gibt es nicht! Das ist nicht wichtig, ja? Es hilft dir nicht! Es hilft dir nichts! Das hilft dir nichts! Das ist ja auch schon... Werden Sie mal fangen, wer sind? Oooo! Uuuuuhhhhhhh Mach weg! Hast du nur ganz knapp kaum Glück gehabt, mein Freund. Jetzt hätte ich dir den Himmel an verzogen. Hast du nur in dieser Woche einmal Glück gehabt. Weil er so viele Korven gibt. Aber ich habe aber viele Bananen. Ja, du bist ein Mädchen und schießt den den. Jeder Mensch schießt die Bananen weg. Du bist ein feiges Huhn und machst das nicht. Ha 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 ha! Aber das wäre ja nicht richtig. Oh verdammt! Ach, Digga! Er soll! Wenn er es versteht, der kriegt, Spätisch mit einer reinhauen. Ja! Jetzt! Aber auch noch diese Runde. Bumse ist eigentlich nicht gewogen, aber die anderen drängen nicht. Aber trotzdem sage ich, war meine 100. Gewöhnen bei der Besuch kann ich mehr. Hat der Struktur keine Chance mehr. Und der letzte Rennen. Aber wir machen noch mal Cheyben, das wird ganz klar. Aber andere Fahrer natürlich. Und wir können die gleich unternehmen. Ja! Und diesmal fände ich dann auf 150. Ich finde nichts. Immer noch zu kurz. Ja, immer zu kurz. Ich guck, es gibt da keine 200 Kubik. Selbst noch nicht. Lachen wir es noch unternehmen. Und wir haben noch mehr. Ah, Öl! Wir verlieren Öl. Du verlierst hier Öl. Übergehe ich nicht. Nein, Weihnachten ist alles herab. Du verlierst Öl. Mit deinem Auto. Mit deinem Sprottauto. Aua! Sand ist böse. Wolltest du auch nicht mit dem Schlag aufzuladen. Keine Bombe. Ich bin der Jäger und der Gejagte. Du bist der Gejagte. Ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger und der Gejagte. Und der Gejagte. Und der Gejagte. Und der Gejagte. Ja, das ist das. Und der Gejagte. Ich bin der Jäger. Und der Gejagte. Und der Gejagte. Schau mal, wie knapp vom Zinn steht. Ja, wir sind fast die Sau. Und die Gejagte. Nochmal! Was? Dass ich wieder verlieren kann! Tja, guck doch mal die Zeit! Wir haben nur 20 Minuten gebraucht für einen gebläßig Slender! Aber andere Charaktere! Hab ich schon! Hör mal du du Witschi! Nämlich eben Pitykorn! Böse! Mein Auto! Nein! Ich fahr mal Motorrad! Und ich hab nur noch Autos! Nein! Ich bleib bei Automatik, weil Automatik das Beste ist! Hör mal hier Automatik! Oh, mein Lieblings-Bahn! So kurz Prominade! Und ich hab... Ja, die ist doch klar! Aber der ist schneller! So ist doch mal der letzte ist! Was? Das ist das, was ich will, damit ich verleidig bin! Nein! Diese... Ich kasse diese Passage! Ich kann irgendwie kein Motorrad fahren! Ich auch nicht! Aber wir wollten mal Motorrad! Aber hilf mir, Junge, am Morgen! Ja! Kaputt! Was hat's mit X? Das war noch nichts! Deine Runde wird's heute nicht gut aussehen! Ich kann ja als Blitz-Green fahren! Boah! Schau mal wie weit abstand ich von dir bin! Schau dich auf dem Handy! Baaah! Gerade für den letzten Platz! Hi! W' shhhh! W' shhhh! Sah! Mustest du uns ins Ziel fahren? Der war grad die Dinger noch wirklich so... ... mein böse Freund... ...und wir fahren gleich auf die Stiegeln! Da muss ich in die Welt mehr sagen. Der dauert bis der ankommt. Bis dann kriegst du dich. Ich bin doch immer bloß Red Styles. Ich gucke dich mal wieder rein. Das sind die Masse. Noch ein Red Cell. Und noch mal ein Blue Cell. Hallo, war ein Blue Cell. Ach, der eine zerfetzt irgendwie. Hast du das gesehen? Oder war ich der einzige für das Projekt? Oh, ich bin hängengeblieben. Nicht gut. Nur für dich. Ich hatte nur Zauberat. Na, aber Thor, es ist nicht so schwer. Du musst nicht reinfahren, dann. Ich muss jetzt reinfahren. Ich muss jetzt reinfahren. Besser zu gehen. Hör auf. Bleib stehen. Hat keinen Zweck mehr. Bleib stehen. Hör auf. Da bin ich noch eine schöne Entgegen. Warte mal. Ich bin mal schauen, ob ich vorbeikomme. Oh, ich bin mit Banane gefahren. Oh, ich bin mit Banane gefahren. Oh, scheiß total. Merke. Ich fahre eigentlich jede Bahn. Da kannst du auch die Abkürzungen an Sophie? Ja. Hab ich drauf gewartet. Geister machen mir keine Ahnung. Geister sind lustig. Geister sind lustig. Geister sind lustig. Ich bin schießend. Aber auch nicht der Beste. Hat er nicht? Gute Abkürzung. Wow, ich möchte nie Abkürzungen. Geister. Weitere ist keine Farbe, oder? Wieso haben die jetzt so eine Bombe? Sind die Stark? Boah. Du bist doch gut im Profi? Was ist denn los? Ich habe es eigentlich immer gespielt. Tschüss. Ich geh nicht. Ey, ich kann rücken! Ich fliegt noch ein Ende in die Hölle! Du sagtest, du kannst es, ne? Und dann gewinnt du fast immer. Ja, weil ich das wieder einüben muss, wie das ich kann! Du gibst mir so einfache Bahnen. Du hast ja zuvergedrückt. Das ist halt das Schöne. Und... ja... Tschüss! Oh Mann! Oh Mann! Ich hoffe, das ist ja mein guter Freund gerade. Böse, Bad Freund! Bei Böse, ich muss... mein Klappen! Oh Mann! Super Motorrad! Es kommt ein wenig später. Es ist so weit gefahren! Nein, ich bin reingefallen! Ha! Nein, wenn die Dinger haben! Es hat mit Assis gewahrt! Weißt du warum? Nicht deswegen! Wir beide landen ihm! Tschüss! Ich bin ein blöder Bananen-Mega! Wie Yoshi, ich eigentlich muss die Eier legen! Es gibt hier einen Hack! Wirklich! Und ich kann da Eier legen! Wirklich! Ich bin ein bisschen aus wie Eier! Wirklich! 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 Wenn man da Eier legen kann! Bei einem Bananen! Gibt nicht! Kannst nicht! Das war unten im Hack! Und kann nicht hacken! Wieder hacken! Dann holen, Justin! Was ist denn? Das haben wir Kassentracks World Wide machen! Diese Bahn war wirklich Spaß! Ich hasse diesen Bahn! So weit sie verliert! Waaah! So weit sie nie auf den Bildschirm schauen! Jetzt hört mal wie viel Abstand wir haben! Danke für dich! Das ist ja schon gut! Ich freue mich jetzt, wenn man seine Kette wegfliegt! Ach so! Es macht eh viel Spaß, so ein Rennen mit ihm zu fahren! Weil hier hat man hier eine Lippe! Hacker! Der ist so gut! Und ich bin mir dann nicht so gut! Hätte ich nicht! Eigentlich haben wir Toprak fahren! Ha! Was war das? Hä? Das war voll der Hack! Ich kann hacken! Seht ihr? Nein! Hacken! Man kann da durchhacken! Wir brauchen irgendwie doch einen Hack! Machen wir aber nicht! Das sind keine Hacker! Oder bist du ein Hacker? Nein! Nein! Dann können die Customswerks noch frei! Dann können die Green Island spielen! Oh man! Yoshi Island ist lustig! Ja! Das wäre alles wirklich cool! Nein! Vielleicht ohne an der Schanze stehen! Oh! Jetzt hast du mich abgeschossen! Dein Ding ist aber nicht spät gekommen! Wirklich! Ist das wirklich lustig? Meins! Das ist wirklich lustig! Das ist wirklich lustig! Er sei nicht! Das ist... Ach! Ich kann nicht so machen! Hacken sich aber nicht gepackt! Ja! Ich muss gerade mit dem Reviews spielen! Es ist mir nicht so angewöhnt! Hä? Also ich hatte schon mal ein Reviews gespielt! Ich bin aber einmal im Verpackfahrt! Einmal gelang kann ich hier auch noch gehen! Aber... Ne! Aua! Und machst du auch WarioWare? Wer dabei? Hab ich dabei! Das Lächste! Wo das Schöne gewöhnt! Und deswegen kommen wir noch weitere Parts bei WarioWare! Was ist wichtig? Was du noch verlierst! Aber hoffentlich gewinnst du auch mal! Das mache ich so gern für dich! Und auch mal in dem Jahr! Ich bin nicht nur böse, wenn wir so weit! Ähm... Backbox? Was? Ähm... Kann man an den Kanal wieder erinnern? Was? Tja... Ich meine... Ich meine natürlich... Den! Den! Den hat er ein Kanalbild! Ja! Achso, ja stimmt! Mann, jetzt hat dein Verlack gelenkt! Ja, weil... Mh... Mann, ich... Ich kann ohne die Uhr nicht! Ohne wie lange nicht da passen! Ja, dann... Ich komme mit Rennzeiten! Ich schaue dann jedes Mal auf die Uhr! Machen wir es einfach so! Nein! So geht's am einfachsten! Nein, wenn er piept, dann ist der Vater so vorbei! Aber... Dann müssen wir halt inzwischen los! Nein! Mann, ich mache halt noch die Cirulel-Schnitzel! Wenn's ein bisschen flieher geht, ist das auch nicht! Nein! Ich meine... Keine Minuten noch! Das schafft mich locker! Ja! Ja! Und dann können wir ihn hochladen! Und dann können wir ihn noch was anderes aufnehmen! Ah, übrigens! Heute kommt gleich noch ein Draft Team! Ja! Und hier wird noch ein Draft Team! Ja! Und hier wird noch ein Draft Team! Dauert ja nicht lang! Dauert ja nicht lang! Dauert ja nicht lang! Und ich muss mir eben... Ja! Und hier wird noch ein Draft Team! Ja! Und hier wird noch ein Draft Team! Ja! Und dann ist das auch... Und hier wird noch ein Draft Team! Ich verrate erst einmal die... Was auch gerade mal! Ich kann mal Party 8! Und also mache! Was? Ich mache die... Ich mache die Draft Team! Alle Spielbretter! Alle ähm... Fünf Spielbretter! Das sechste muss man da freischalten! Dem sechsten will ich dann... Du dann den Stolmodus machen! Dann sage ich jetzt noch ein Party-Modus! Und dann... Und dann sage ich noch ein Bonus-Part! Und das war's! Und das ist nicht beliebt! Und du fliegst runter! Das ist das nächste Rennen! Ich hätte lieber einen Landtag nehmen sollen, aber... Was soll's! Es ist zu spät! Mach jetzt Piste! Das schaffen wir noch locker! Die 29 Minuten, das schaffen wir noch locker! Die waren es schön! Ich bekenne ich davon die Nintendo 64! Was ist das mal so mal zu spielen? Die Nintendo 64 habe ich sogar daheim gefehlt! Super Mario 64! Fahre so aus, was mein Mario 64! Hab ich auch schon mal zu spielen! Wow! Aber ich hab so viel Geld, dass er mit dem Flaschen kann! Skill, Skill, Skill! Banale! Hat sich festgebracht! Schau mal wie eine Formel in der Mitte ist! Und so ich dann mal treffen kann! Oh! Hast du nie getan! Jetzt komm ich wieder! Und jetzt kriegst du ne Mal! Letzte Rennen! Oh nein! Hab ich doch gesagt! Dann hör auch auf die Uhr zu schauen! Ich zeig dir jetzt ne Mal! Okay! Oh! Oh! Ich hab auch hier! Na! 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 Ich weiß ja mal wie ein Krasskopf der ist! Wenn es mir Spaß machen soll! Dann ist kein Spaß! Aber er hat mir den gebraucht! Ja! Ich muss mich erst gewinnen! Wow! Ich hab schon Plan, was für ein Hindernis es hat! Ich hoffe, dass ich dich abschließe. Haktor. Alles drum. Das ist so geil. Geil, geil, geil. Ich muss dich mal anstrengen. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne. Mega! Mega cool! Sieh dir mal wie böse der ist. Dafür fahr ich immer noch schnell. Ja! Ja! Kannst du mal langsam fahren? Nein! Nein, Mann! Dein Mann hat stehen! Weil du willst gewinnen! Nein! Niemand macht auch so. Einer ist stehen geblieben und dann... Nein. Bei mir aber nicht so. Ich fahr. Das schaffen wir noch ganz schnell. Schau, wir haben noch ganz genug Zeit. Ja, die Zählerinnen schaffen die noch. Locker. Mit meines... Locker, Flocki! Und dann tun wir was einstecken mit dem Datenpart. So gut, das geht's wie es hat. Tja, wie ich es weisen würde, das weisest du, dann werde ich den Termin dann einfach auf meinem Datum heute und dann sich der Marker schließt. Letzt, Queen, und dann den Datum noch. Dein roter Panzer ist perfekt. Nein! Wow! Die Wolf hat die Abkürzung nehmen. Hat sich nicht gepackt. Es war auch so nett. Aber auf Bremse endlich dann scharf sie auch nicht. Nein! Wow! Die Wolf hat die Abkürzung nehmen. Hat sich nicht gepackt. Es war auch so nett. Aber auf Bremse endlich dann scharf sie auch nicht. Es ist gut, dass ich die Banane mische. Es geht! Es geht! Ich bin der Panzer neben mir sogar! Ja, du Dreckskerl! Das habe ich jetzt gesagt! Das muss es sein! Du Samomelle! Nein! Weg! Gott, tschüss! Gott, tschüss! Ja, echt knapp das Rennen! Ja, aber du kommst! Bitte vorm Ziel! Weil du so gut wärst! Wir haben nur zwei Minuten gebraucht für so ein Rennen! Zwei Minuten? Ja! Halter! Weil wir diese Strängen genommen haben! Oh! Meine Kuppa! Da bin ich noch besser drin! Ja, komm! Wenn wir noch Zeit haben, dann machen wir noch vier Rennen! Ich muss mich nicht mehr anstrengen! Wieso nehme ich nicht ein paar Bowsas? Weißt du, wir sollten nur noch die anderen Strängen. Ich habe einen Plan! Aber der wird böse! Ich habe einen Plan! Oh, ein Plan! Sag ich dir nicht! Du hast immer viele Pläne! Und du beratst mir jetzt einfach nicht! Das heißt auch böser Plan! Oh, siehst du? Böser Plan! Extra absichtlich gegen die blauer Plan! Böser Plan ist einfach gut! Seht ihr? So macht man bösen Plan! Die Spiele heiligen! Au! Puh! So dass die Kupp kaputt ist! Das ist doch nicht doll! Sof ich! Boah! Das ist doch ein Hammer! Die Spiele ist einfach... Meinst du, hä? Ein böse Plan! Wie darf das funktioniert denn? Ich hab ganz viel mit Plänen in das zu dir schon vor! Hör auf! Guck mal, jetzt! Nein! Lauf! Und ich würde mich, ja, heute ist es nicht dein Glückstag. Kuhl liebt mich heutzutage. Du bist jetzt bestimmt nicht einmal Esther geworden. Was ist mit dir los? Ich hab einfach... Oh, Mario ist besser. Ey, da warst du Esther. Nein, da war ich Esther. Bei Daisy warst du Esther. Es ist auch kein Livestream, also wundert euch nicht. Was hast du davon? Noo, ey. Du küsst uns. Wenn man küsst... Gratisch mit Küsst. Blinden! Gratisch mit Küsst. Gratisch mit Küsst. Blinden! 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 Ich liebe dieses Motoren! Ich nehme jetzt einfach mal. Immer! Immer! Immer und immer! Wiesen! Bist du schwer! Ich bin super! Wir haben nicht immer! Waah! Ich weiß! Ich bin sehr bespannt! Das ist die Straße, die mit wir abgesonnen sind. Und ich habe immer die Wiese rein. Vielleicht lasse ich mich mal gewinnen. Vielleicht lassen wir mal gewinnen. Jetzt war das sicher. Müssen wir bitte mal abschließen? Vielleicht. Bleib einfach vorm C stehen, dann wirst du schon sehen. Nee. Dann hast du Pech. Dann musst du ehrlich gewinnen. Ehrlich gewinnen. Ehrlich gewinnen ist immer besser als Schummeltitel. So, wer tust du die ganze Zeit? Ich? Du? Boah, hast du das nicht gehabt? Boah, es ist da kurz! Schummt! Schon bitte nicht schummt, hat er kaputt. Der drückt mit deinem Handy rum, mein Herr. Nein! Danke, Hund! Du sagst böse Hund, gell? Ja. Das ist mein Hund, wenn du fragst. Dann hab ich erzeugt. Nein, Mario zog den Hund. Nein, Mario ist böse. Hahahaha! Was ist das? Guck mal an die Hände! Wann müssen wir jetzt vor die Kranken fahren? Ich bin immer gebit. Ich hab kein Skill, Leute! Kein Skill! Vielleicht jetzt. Vielleicht nimmst du die Abkürzung. Vielleicht am Anfang. So, wir haben noch mit den 19 Minuten noch 4 Rennen noch. Dann machen wir noch 4 Rennen. Und bitte hat dein Start nicht geschafft. Da ist ne Abkürzung, wenn du einbiegst. Ja, die Abkürzung gibt's nimmer. Nicht mehr. Ja, die von Marka WSY nimmer. Schade, die war so cool. Nein! Danke! Hab ich alle erzogen. Aber ich krieg nicht mal einzigen Ding. Kein einzigen... Item! Verbesserung! Was soll ich da wissen, was du da nimmst? Hier! Für dich! Gute Nacht! Das heißt, ich nicht! Ich hab so viel Vorsprung, mein Herr! Ich hab so viel Vorsprung, mein Herr! Und dann! Ich komm mal nur weg, nein! Deine Schotts! Und der ist Brotono! Hinter, hinter, hinter! Danke! Beeil dich! Jetzt hast du deine Schotts! Ich nutz meine Schotts in dem Akkürzung. Nein! 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 Aus! Ja! Danke! Meine braven Tiere, siehst du! Brav die sind! Sie sind doch nicht brav, die sind böse! Nein! Jetzt hab ich sie erzogen! Weil sie jetzt davon stimmen geht! Urgeschwindet! Ina! Das ist wieder eins! Und wir haben noch 17 Minuten! Und das ist die letzte Strecke! Und dann haben wir noch... Was können wir in der Nacht noch machen? Vielleicht noch ein Rennen? Aber weniger! Du hast mal keinen Start gehabt! Ich freu mich mal für dich! Und du freu mich, dass du verlierst! Ja! 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 Was war das? Hast du das gesehen? Das war ein Bug? Hast du diesen Bug gesehen? Ich seh keinen Bug! Ich hab keinen Bug! Dein meint meiner Fähne! Nein! Wir meinen den Bug aus 163! Bitte! Sorry, was ist denn los? Ach du bitte! Oh, jetzt weiß ich nicht! Oh, jetzt weiß ich nicht! Den mal holen! Wenn wir einen hacken, damit man mehr Plöte bekommt, das wäre super! Oh nein! Oh nein! Den kriegst du! Nein! Das hat mir gut gemacht! Das hat dir nichts gebracht! Nein! Ja! Nein! Ich habe mich zu lieben! Es gibt mir einfach schon zwei! Ich bin ein bisschen gesprungen! Seht ihr? Ich bin dann nicht gesprungen! Es ist ja auch gar nicht gesprungen! Es ist für mich gut! Für dich ist es gut, für mich ist es nicht gut! Na, was? Noch die einmal erst in 10 Runden! Das wird für heute gesprungen! Die fahren sowieso da, dass sie hier auf hoch, auf den Fuß. Ja! Den kriegst du jetzt noch! Und du fliehst noch nicht rein! Das ist noch nicht die letzte Runde! Und noch 15 Minuten! Wir können ja noch drei Bahnen machen! Das lässt du nicht sagen! Nee! Das wird er nicht verlieren! Hier! Das bin ich heute nicht so tief. Lass mich vielleicht noch in der letzten Runde erzählen! Wir fahren doch schon! Wenn ihr mir einen bösen Trick macht, fliege ich rein! Das ist böse, oder? Ich fahre alles ab, Mast! Ich fahre alles ab! Jeden Satz stehen! Hey! Können wir jetzt hin? Warte! Ja! 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 So, wir machen noch... Aber heute war... Ein Mini-Kampf können wir noch machen! Jetzt mal los! Jetzt haben wir heute mal gucken! 15,70! Ja! Das sind die vollen Punktzahlen! Was ich bekommen habe! Jetzt machen wir mal ein Mini-Spiel! Ja! Das reicht noch für die 14 Minuten hier! Tja! Ballon abschießen! Verdammt! Dann regeln! 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 Hm... Computer? Keine! Wir wollen nur gegeneinander! Computer? Keine! Komm, machst du weg! Machst du weg! Ja! Ich bin nicht kämpfen! Ich bin nicht weg! Das ist wirklich... Wie viel machen wir? Wir haben noch 14 Minuten! Ja! Ja, passt! So nicht mehr! Mehr nicht mehr! Wirst du bevor wir überziehen! Ballon? Ja! Ich habe noch eine Ballerei! Und einen kleinen! Hirschiii! Okay, ich bin blau! Das habe ich mir nicht mehr verknüpfen können! Weil es wäre unlogisch, wenn ich jetzt nicht zurückkomme! Das hilft mir voll viel! Nein! Den warte ich nicht! Und das ist so ein Schuhn! Wie geht's denn jetzt? Und mein Lieblingsbarn! Dann bin ich gut! Profi! Dreißsieger! Wer wird gewinnen? Vielleicht Kleinstand? Vielleicht macht das sowieso nur ein Absicht für Kleinstand machen! Gell? Gell? Mhhmm! Boah! Ich mag diesen Süßland anfangs! Geht nicht! Ich mag die Musik. Ich mag die Musik. Ja, nur nur. Master. Was hat man dazu? Glück gehabt. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin über dich. Ich weiß nicht. Ich bin über die Werte. Tank-Spec. Was? Was ist mit den roten Panzern los? Irgendwie ist der roten Panzer des Bec, oder? Ja. Tank-Spec. Wollt ihr ein Unterschied werden? Bananen. Oh! Oh! Danke für die Items. Hehehehe. Ich bin nicht böse. Zeig mir halt böse. Segen wir ja. Ich bin nicht böse. Ich bin ihr auf die Werte. Oh! 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 Nein! Es die Banane. Es gibt's zu gut. Nein! Einten! Ja! Bananen sind böse! Ich bin böse! Schieß doch! Schieß! 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 Komm doch! Komm doch! Höher! Mia! Hierher! Nein! Was war das? Hallelola! Hä? Da möchte ich keine Bananen hin! Die legen so viel Bananen von dir rum! Und du fällst uns nichts da einfach rein! Und... Es fehlt kein Item mehr! Also Jax ist kein... Wir tun das natürlich auch... Es geht ganz woanders! Und es gibt ein Item! Es wird gut sein! Wir haben noch 10 Minuten! Wir haben noch 10 Minuten! Wir haben noch 10 Minuten! Die TX-Bahn! Morgen Kata! Ja! Die kann ich am besten weiter! Man kann gerne Leute reinschutzen! Ich hab noch 10 Minuten! Ich hab noch 10 Minuten! Ich hab aber Motorräder! Ich kann das ausweich erst so! Ich hab noch 10 Minuten! Ich hab noch 10 Minuten! Ich hab noch 10 Minuten! Und ich hab noch ihn! Ich hab noch 4 die D Bash ger gemacht! Und ich hab Ger – 90 Minuten! Und ich hab noch 10 Minuten! Ehe Did nicht? Ich hab noch 10 Minuten! Ich hab noch 10 Minuten! Jetzt hau ich mich direkt ab! Gut so! Nicht geschafft! Das nennt man mal... Cheating! Denkst du dir? Das war doch... Platz mit X, das war doch nix. Es hat sich mal getroffen. Ja, aber mal gucken was. Oh man, es ist ja noch 7 Minuten und... ...hann noch 7 Minuten auf der Uhr? Nein, bleibt doch mal stehen. Nein! Warum sollte ich, dass das nicht geht? Nein, dass ihr einen auch nicht geht. Was ich noch aufnehmen, wissen wir noch nicht. Das ist noch gut. Schieß doch! Und tschüss! Aber nur einer zählt! Oh man! Das ist gut für mich! Jetzt habe ich einen Ballon und der hat es endlich gesetzt. 1 zu 2! Sie sind auch sehr verstanden, oder? Ja, wie immer noch einmal fahren. Irgendwie suchst du mir die schlechtesten Bahnen aus für dich. Uh, jetzt musst du dich anstrengen. Und 6 Minuten. Das schaffen wir! Dann machen wir noch eine Münzjagd und dann war's das. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Keine Münzjagd, ich mag keine Münzjagd. Ich mag keine Münzjagd. Nein, Pate, ich bin mir natürlich gesund. Deswegen... Steinwüste! Och, danke! Was, danke? Wo ist die auch, Karl? Da ist wohl fast zur Oma gegangen. Ich weiß, was kocht. Bevor du es vergesst. Und darf ich noch ein paar Themen, die du mir erst in der nächsten Part bringen werden? Ja, er macht's ja. Ja! Oder grüß ich mir diese Räder. Ich wettere dich. Deine Bar, deine Bar! Ah! Deine Bar, hol dein Leben! Oh je! Steinwüste! Und Kaktus ist auch nicht gesund! Ah! Ich komm nicht an die ITEMS! Komm nicht an die ITEMS! Ich komm nicht an die ITEMS! Ah! Komm schon ran! Ja! Aber gut, gleich, ja. Ganz klar! Aber wir werden nach dem Falle nochmal. Oh nein. So lange. Ganz knapp. Ich war noch vorne, weil ich ja Mädel bin. Hab ich kein Item. Blöder Steingesicht. Geht mir immer ein Item. Ich hab sogar seine Schicht gemacht. Und das war echt hilfreich. Ich mein nicht dich. Ich mein den Steinko-Loch. Ach so. Hahahaha. Sagen wir mit zwei Punkten wieder an. Drei Punkte. Das ist noch kein Problem. Damit steht Scherberzwein. Und ab, wenn ich ab. Ja. Warte. Das Rennen haben wir besser gefallen als das. Ja, weil du verlierst. Ich krieg kein einzeln man her. Ich krieg kein einzeln man her. Ich kann noch mal die Fahrt angehen. Fahrt angehen. Ich krieg kein einzeln man her. Ich krieg kein einzeln man her. Wo bist du? Warte. Da musst du sterben. Da hinten bin ich. Das schafft mir noch. Ganz genau schafft mir das. Ich krieg kein einzeln man her. 36 Sekunden. Ich krieg diesmal ein Item. Ich hab mein Item. Ich hab mein Item. My Tricks. Hast du das nicht richtig? Hahahaha. My Tricks weiter rein zu locken. Hat es funktioniert? Ja! Und wir haben es ganz genau gut geschafft. So, weiter. Wir haben noch 2 Minuten, was können wir jetzt da noch machen. Nichts mehr eigentlich. Können wir über was reden? Ja. Können wir ja machen. Können wir beide über was reden? Oh ja! 2 Minuten reden wir noch. Und wenn das Gerät ist... Oh, was ist das für den Pokal? Jetzt habe ich schon 3 Pokal? Ja, würde ich sagen. Ja, also wir haben ja ganz viel gelitten. Und ja. Und mal gucken, was dann noch kommen wird. Das ist ganz klar. Wir haben unser Spaß gehabt. Ja! Und deswegen... Mal gucken. Dann mache ich Malkan 8 weiter. Wenn er die Malkan 8 weitermachen... Malkan Mini weitermachen. Aber weiß nicht genau wann. Es ist noch... Klar, dass ich noch weitere Spray noch habe. Aber deswegen kann der Malkan Mini weitermachen. Und deswegen... Tja. Aber mal schauen. Ich... In der Passbox drinnen erstmal. Es war eine wunderschöne Runde. Und deswegen... Groß! Also, ihr könnt jetzt auch was trinken. Wenn ihr da anschaut. Und... Tja. Noch was zu sagen. Ich... Ihr wisst ja, wir... Haben ja noch... Ein paar Projekte noch in Planung. Oder... Vielleicht sind noch ein paar Projekte. Das waren zum einmal... Wie gesagt... WarioWare. MooseMove. Mhm. Dann hatten wir noch... Skyner's Trap Team. Mhm. Das tut ja da. Da möchten wir natürlich auch weiter machen irgendwann. Dann... Ich weiß ja, muss schon lange nicht mehr aufgehen doch. Richtig? Und... Dann... Ich hatte ja noch... In der Projekt Mar-Party 8. Den muss ich erst mal alleine aufnehmen. Weil ich da... Ein... Erstmal... Ein altes Speedbretter... Mach irgendwann mal da Multiplayer Parts. Aber erst mal alleine das. Wenn ihr die 2 Minuten nicht labert... Hört wollt... Dann könnt ihr ja auch... Aus Schalten. Richtig. Aber... Tja... Dann haben wir noch Mickey Epic. Das ist ein ordentliches Display. Und... Ja... Ich würde sagen... Das war's erstmal mit dieser wunderschönen Split-Screen Runde. Haben wir einen wunderschönen Tag. Würde ich sagen. Und deswegen... Tja... Lass es. Lass es. Werden wir... Wir werden das mal sehen. Also... Wir sehen uns gleich beim nächsten Split-Screen Termin. Ja, das könnt ihr jetzt schon anschauen. Also wirklich der nächste Split-Screen Termin. Also... Stimmen die meine noch... Noch ein. Wir dürfen jetzt noch anschauen. Ja, also... Der Video ist noch an. Ich würde sagen... Wir verabziehen uns von dieser Folge von Mario Kart Wii Split-Screen. Also... Du musst es ja nicht schieben lassen. Sonst du hast es nicht. Und deswegen... Würde ich sagen... Unser Worten sage ich... Tja... Also... Bis dahin... Und zwar... Euer Kredi Finde und... Das wird's nicht. Tja... Tja...